Klein, leistungsstark und so diskret, dass es niemand bemerken wird. Das ist die Im-Ohr-Variante des Audi Bena iX. Hallo, ich bin Peter Niesen und bin seit über 22 Jahren als Hörakustiker tätig. In diesem Video schauen wir uns die Im-Ohr-Variante vom Audi Bena iX genauer an. Der größte Vorteil dieser Geräte ist ihre Größe. Wenn Ihnen Diskretionen ganz besonders wichtig sind, könnten diese Hörgeräte Ihre Wahl sein. Dadurch, dass die Audi Bena iX in der Im-Ohr-Variante komplett im Gehörgang sitzen, haben wir die Richtwirkung der Ohrmuschel erhalten. Zusätzlich zu dieser natürlichen Richtwirkung unterstützen die Geräte Sie in Gesprächssituationen mit der innovativen binauralen One-Mig-Direktionalität. Durch einen Informationsaustausch zwischen beiden Hörgeräten werden Sie zusätzlich in Gesprächssituationen unterstützt. Die Geräte sind sehr, sehr einfach einzusetzen und mit dem kleinen Zugfaden auch leicht wieder aus dem Ohr herauszuholen. Erstmals gibt es in diesen Geräten auch einen verbauten Akku. Mit bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit sind Sie für den ganzen Tag gerüstet. Mit dem innovativen, mobilen Ladegerät können Sie zwischendurch jederzeit aufladen, egal wo Sie sich gerade befinden. Audi Bena gibt Ihnen mit über 1300 Partnerakustikern deutschlandweit die Möglichkeit, diese Innovationen kostenlos und unverbindlich auszuprobieren. Klicken Sie hier für eine kostenlose Beratung zum Audi Bena iX. Für mehr Informationen zu den besten Hörgeräten abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Auf Wiedersehen und bis bald! Auf Wiedersehen und bis bald!